Grüß, Enkim, Stiftskader in Innsbruck. Wie ihr seht, ist bei uns ein Haufen los. Wir geben im Tag ca. 1.000, 1.500 Essen raus. Und das ist logistisch gar nicht so leicht zu bewältigen. Aber mein Bruder wird euch zeigen, wie das geht. Wir haben da unseren Combo Term 4. Das ist ein bäriges Gerät. Wir haben ein Haufen Programmer drin. Es ist sehr leicht zu bedienen. Und durch das Easy-Touch hilft mir das sehr gut, den ganzen Küchenalltag toll zu erledigen. Und wisst ihr, was so notwendig ist? Mit dem Gerät kann ich backen, braten, grillen, dünchten, einen Knädelsieren. Also es sind sehr viele Möglichkeiten in einem Gerät. Und auf guter Rollerisch ist das einfach eine Gaude. Und jetzt schau ich euch das einmal an. Musst ihr euch noch was sagen? Und das eine sage ich euch noch. Mit dem Combo Term 4 späule ich nicht nur beim Strom, sondern auch bei meiner persönlichen Energie. Weil während der Wind buckelt und sich selbstständig automatisch reinigt, genieße ich meinen Feiern und trinke einen Kaffee. Seit 30 Jahren arbeiten wir nun mit den Geräten von der Firma Combo Term. Mittlerweile ist die vierte Generation am Markt und wir sind überglücklich. Ich bin heute noch mal ein paar Minuten.